Warner Home Video präsentiert ab 13.01. in ihrer Videothek Rollentausch Eine ungewöhnliche Annonce Zwei ungewöhnliche Frauen Sie tauschen ihr Leben Sie sind Monika Nehmen Sie doch Platz Die Idee finde ich total gut Sie meinen die Annonce? Ja Ein Mann, drei Kinder, vier hat Panda Und du bist jetzt für einen Monat meine Frau Wahnsinn Gib mir die Mail Monika berauscht sich an den Freuden als Hausfrau und Mutter Und Ehefrau Lissi probiert sich als Single auf Zeit Weißt du, was mein Daddy immer sagt? Was? Meine Mami hat die schönsten Tittys auf der ganzen Welt Er nennt sie seine kleinen Seepferdchen Und ich? Habe ich keine Seepferdchen? Nein Deine sind aus wie Qualen Es gibt nichts Umwerfenderes als eine ordentliche Beziehungskiste Hast du eigentlich gewusst, dass ich fünf Leberaber habe? Ah ja? Ich hoffe nicht, dass er ein langweiliger Penner ist Lissi busy Lissi busy Und, äh, will ich jetzt jetzt weiter? Naja 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 Rollentausch Eine Komödie über das Leben zu zweit? Oder allein? Oder was?